Ich begrüße euch herzlich zu Mambesia. Wir sind in der Zisterne gerade, aber wir wollen jetzt auf dem Weg zur Kanalisation machen. Wo wir natürlich für das Gegengift jetzt haben. Das heißt, wir können ganz cool da unten rumspä... Ach, das ist das Öl. Mir wundert es mich gerade, was das für ein komisches Geräusch ist. Hier ist jetzt kein Wasser mehr. Mhh, lecker ist das hier. Der Duft alleine schon. Kann ja nur Gutes bezeichnen hier. Henry Bedlow kam zum Unterricht, die Wut seiner Mutter in sich tragend. Er weinte nie. Stattdessen brachte er einen anderen zum Weinen. So sind Schmerzen. Du wirst entweder traurig oder wütend. Henry entschied sich immer für das Letzte. Ah, hm. Ah, sind wir hier. Schön. Zack. Ja, das sieht doch gemütlich aus hier. Also... Joa. Pfff. Monstrum! Schnell! Okay, wir warten. Da lauscht einer eigentlich ganz rum, weil... Wir wissen, die Musik sich verändert und ich höre irgendeinen Krölen oder sonst was, ey, bin ich gleich weg. Hör auf Musik! Oh, ist ja ruhig. Äh. Dann ist gut. Wir gehen mal lieber geduckt. Man weiß ja nicht, was hier sonst noch so rumlungert. Hm. Ja, das sieht schon mal nicht nach einem tollen Ort aus. Da kann man nicht durch. Ich will es gar nicht erst probieren. Der ist ein bisschen doof hier gerade. Wir gehen mal rechts lang. Es ist mir zu hell hier. Also, das erste Mal in meinem Leben sage ich mir, es ist mir zu hell. Aus dem einfachen Grund. Hier kann man sich sehr schlecht verstecken. Oh, ja. Und das soll man machen, ne? Man kann nicht alles haben. Wer damit? Da ist nix zum Glück. Ja, nix? Ne. Verstecken wir uns? Wir können uns hier so kack verstecken in diesem Level. Oh, fuck, ey. Das ist gerade nix. Wir gucken mal, kann man das von hier so... Schon locker zu sein. Okay. Kann ich vielleicht mit einem Hammer raufhauen oder so? Wir gucken mal. Vielleicht kann ich drausspringen oder so? Wir können ja mal probieren. Ich glaube irgendwie... Ich habe den Anstand, dass man das braucht. Hm. 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 Was immer das auch ist, das gefällt mir nicht. Komm her. Fürchte ich auch brauche, ist mir völlig egal. Wir warten mal hier noch. Moment. So, zum Thema. Ich habe die Angst gut besiegt bei dem Spiel. Eine Sache macht mir immer noch Angst. Ey, das ist helle Räume, wenn Monster da drin sind. Wenn es mag ich, helle Räume. Ach, ja. Ich dachte, es wäre Monster. Ich hätte gerade echt... Moment. Ich würde eher überzeugen, ob keine Aufsehen oder so ist ein bisschen. Kann ich vielleicht das Rohr da reinstopfen? Gar nicht gut. Der rennt schon mal in die Richtung da. Also einfach eine Grundunsicherheit. Ah. Oh, okay. War nix. Ich habe mir wie eine Glück. Oh, kacke, ey. Es dreht sich zu schnell, um es zu blockieren. Muss es langsamer werden. Hm. Ich weiß bestimmt, wo ich diese Aufgabe... Wo ich diesen Ort finde, um das langsamer zu machen. Das ist in dieser Richtung. Ich heiße mein Leben. Ach, Daniel. Schieß hier einfach. Ach, du kacke. Ich muss so übel stinken in dieser Kanalisation. Oh, Mann, oh, Mann, ey. Ja, ich bin gerade ein bisschen still, ey. Weil ich mir einfach hier... ...versuche, irgendwie langsam voranzukommen. Ah, zwei Räume, ey. Ich kann kotzen. Oh, mein Gott. Ganz ruhig bleiben. Und ruhig. Oh. Hört ihr das? Ist auch irgendwo hier. Ich bleib ganz ruhig. Okay, ist nix mehr. Oh, ey, ne. Das ist gerade... Das sieht schon nicht wie bei meinen Nerven hier. Puh, äh, ja, ich glaube... Ich weiß gar nicht, wie lange ich aufgenommen habe. Ich gucke mal, wie lange ich aufgenommen habe. Ich hoffe, es ist nicht wieder asynchron. Ich hatte bei einer Folge wo das asynchron. Das war irgendwie dumm. Also, ich gucke mal kurz. Okay, geht weiter. Ich hoffe, es wird nicht asynchron, ey. Das wäre doof. Ich habe mich aber ein bisschen beruhigt noch währenddessen. Und ich komme hier nicht mehr raus. Doch. Puh, ich hätte fast auf X gesucht. Oh, Mann. Hm, 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 hm. Das ist anscheinend nicht weiter. Ey, gehe ich auch nicht näher ran. Da habe ich Angst. Ich weiß nicht, ob da irgendwas runterfällt. Ach, Mann, ey. Okay, das ist der einzige Raum, den wir noch haben. Soll es da irgendwas sein, um diesen Motor langsamer zu stellen? Keiner hier drin? Ich glaube es ja nicht. Oh, Mann, ey. Oh, ein Ölfass. Toll, einige Tropfen. Ist da noch hinter irgendwas? Nein. Okay, wir sollen jetzt irgendwie... ...irgendwas machen. Braucht mich nicht was. Momentum. Die laute Maschine. Ich habe Angst, dass irgendwas passiert, ey. Oh, hört mal. Ist schon leiser geworden. Das schieben wir einfach nach da. Man hört ihn gar nicht mehr. Sollen wir das mal so lassen? Wir können es mal testen, oder? Was soll schon schief gehen? Hilfe, Hilfe. Hilfe. Ich verstehe mich hier. Oh, mein Gott. Ich bin so tot. Das weiß ich jetzt schon. Das war kein gutes Versteck. Ich bin tot. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nein, ich will nicht sterben. Ich will mich auch nicht mehr bewegen. Ich mache danach auch Schluss, ey. Nach dem Monster. Ohne Scheiße, jetzt. Ob das so richtig ist, weiß ich nicht. Dann erst in der nächsten Folge. Zwei Monster in einer Folge, ey. Ich hasse es. Okay, ist weg. Gut, ich mache jetzt Schluss, Leute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Amnesia. Und dann hoffen wir mal, dass der Motor da ruhiger ist. Also, es hört sich ja schon ruhig an. Also, ich habe das jetzt einfach mal so aus der glücksten Sollerei so eingestellt. Hoffen wir es einfach mal. Werden wir sehen. Also. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Und dann werden wir vielleicht, hoffentlich mal, weiterkommen in dieser scheiß Kanalisation, die mir jetzt schon auf den Sack geht. Wo sie hell ist. Das gibt es gar nicht. Also, bis dann.